Hey Freunde, es ist wieder ein Thema Bauen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cosplay-Video. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Letzte Folge haben wir ja angefangen, Bendy's Cosplay zu bauen. Und heute kommen wir uns malen, weil ich letzte Folge ein bisschen verkackt habe mit Farbe mischen. Es ist halt extrem schwierig, die Farbe von Sammy Lawrence Kleidung hinzukriegen. Also da die beige Farbe da, ist richtig schwierig hinzukriegen. Darum habe ich mir jetzt eigentlich Farbe gekauft, die ziemlich ähnlich aussieht. Nun testen wir das heute mal. Auf jeden Fall, wir fangen glaube ich gerade mit dem schwierigsten an und zwar mit der Hose. Ich hoffe, ich habe genug Schwarz noch in dieser kleinen Buddel hier. Aber mal schauen, ihr werdet es sehen. Auf jeden Fall, ich hätte gesagt, wir gehen direkt in Zeitraffer und ich fange hier mal an. Ich habe da noch ein 3D-Model von Sammy gefunden und mal schauen. Also hätte gesagt, wir fangen an. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 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 2020 Vielen Dank.